So, dann werden wir uns mal dem letzten Punkt hier widmen, die Angelpunktwerft. Und dann werden wir uns in ein anderes Gebiet begeben, zum Questen. Da müssen wir dann halt gucken, wo genau wir hingehen. Hm. Also entweder hier oder hier Sturm St. Tal. Was ist das, Trust war, Sturm St. Tal. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir genau hingehen. Weiß ich noch nicht. So, wir müssen hier runter. Die Angelpunktwerft. Und wir müssen ja eigentlich... Nee, immer noch nicht. Ich muss mal kurz was gucken. Erkundung. Battle for Azeroth. Erkundet den Krankenfluchtbucht. Fehlt noch. Das ist dann wahrscheinlich hier hinten. Oder? Was fehlt denn noch? Hier waren wir. Hier drüben vielleicht. Ich weiß es nicht. So, hier sollen wir die Quest abgeben. Unsere Kinder werden krank. Quest beenden. Unterstützung für die Werft sammelt. Ein Säckchen Seetang, ein Pergamentbindel und ein wenig Robbentran in der Nähe der Angelpunktwerft. Wir tun, was wir können. Wir finden ein Heilmittel. Und ebenso die Ursache. Jo, nacht nid. Es tut mir leid, Rosalinde. Aber ihr müsst warten. Heute haben wir mit dringenderem als der Jagd zu sehen. Die Säckchen Seetang. Und da vorne oder da oben vielmehr wäre dann das Pergamentbündel. So, erste Quest beendet. Ging schnell. Boah, der Tiger sieht geil aus. Was denn das? Banlu, Begleiter des Großmeisters. Ich will mal kurz gucken, wo man den bekommt. Reittiere. Ban. Ne, nicht BSN. Ban. Ich würde jetzt eigentlich mal bei Großmeister gucken. Ne, hier ist nix. Ich habe jetzt auch keine Lust, alles durchzugucken. Begleiter des Großmeisters. Großmeerroren. Nö. Ich schaue mal so kurz durch, ob ich da was finde. Antorischer Schattenhund. Nein, nein, nein. Nein. Kann ich das so durchmachen? Nö, kann ich auch nicht. Nein. Boshafter. Hier vielleicht irgendwas dabei. Boshafter Kriegssäkler. Nikolotz Sippe. Kosten. War das der? Ich glaube nicht. Äh, nö. Also ich finde hier jetzt nix. Ich habe jetzt auch keine große Lust, da lang zu gucken. Weiter. Quest beenden. Ein Heilmittel aus dem Meer sammelt acht Büschel Seetang vom Hafenseetang. Möge der Segen des Meer soll ich überfluten. Ich hasse es. Hai-Alarm tötet sechs angriffslustige Schreckensrachen. Hier noch eine Quest. Stechende Dörne sammelt vier Giftdörne von Dornenschwanzrochen. Mögen sich unsere Aufklärung, das haben wir die, und das war schnell wie möglich in See stechen. Und so läuft die Zeit davon. Kriege ich auch unter Wasser Atmung. Möge ein paar Minuten, Rosalinde. Mit Hilfe der verstärkten Harponen, werdet ihr über eure Beute triumphieren. Ja, wir bleiben jetzt erstmal hier an der Stelle, solange uns das Boot nicht über den Kopf fährt, können wir hier schön killen. Was ist das? Sandrückenkrabbe. Ich bin außer Reichweite. Komm her. Da, nee. Ich habe gedacht, da wäre es Seetang. Hier drüben ist Hafenseetang. Oh, ich hasse Unterwasser. Ja, wenn du deinen Giftstachel in mich reinsteckst, dann kann ich den auch nicht mehr sammeln. Intakter Giftdörne. Oder doch? Boah, wir stellen den Helm auf einmal her. Das ist zu weit entfernt. War hier nicht. Da war. Seetang. Also zwei Giftdörne haben wir schon mal. So, hier. Ja, ich sag mal, so geht es einigermaßen. Wenn man hier unten läuft, ist ja fast so, als ob man oben questet. So, die Dornen haben wir auch gleich alle. Fehlt nur noch einer. Dann müssen wir nur noch von dem Seetang sammeln. Wo ist er denn? Ja, das ist unter Wasser etwas blöd. Dass man jetzt nicht genau weiß, von wo der angeschwommen kommt. Angeschwommen? Ja, angeschwommen. Angeschwimmt hört sich nicht gut an. Nein. Oh, könnte hier noch Seetang sein. Da drüben ist noch Seetang. Zweimal. Sehe ich leuchten. Nämlich mit. Ah, hier ist auch noch einer. Dann haben wir den Seetang auch komplett. So, der und der. Dann noch den Rochen hier. Toll. Jetzt komme ich da nicht dran, oder was? Doch, hier. Und das war die Quest. Dann können wir jetzt wieder raus. Äh, nicht unten drunter. Hallo, nicht unten drunter, habe ich gesagt. Und alle drei Quests abgeben. Da drüben war auch noch einer gewesen. Beenden. Ähm. Ist eigentlich egal. Was kostet mehr? Das hier. Algencocktail. Verteilt das reinigende Tonicum an sechs kranke Bewohner der Angelpunktwerft. Das Geschenk und das Geschehen an den Docks. Sprech mit Jan Klaas Nilsson, Inga Friedrich und Aron Gauthier in der Angelpunktwerft. Bleibt ruhig, Kinder des Meeres. Wir müssen fest an das Wasser glauben, um eine Heilung zu finden. So, heißt, wir müssen jetzt da rüber. Da sind auch die Krankenbewohner. Wenn ich das richtig sehe. Da sind kranke Bewohner. Tonicum verabweichen. Was soll denn das jetzt? Hallo. Ja, die waren in dir drin und du könntest mir eigentlich auch mal helfen, die platt zu machen. Was droppen die denn? Aha. Mit der muss ich sprechen. Mit dem ein Aushang, okay. Gesucht Rüstmeister Silis. Tötet Rüstmeister Silis in der Krankenfluchtbucht. Krankenfluchtbucht. Alter, was ein Wort. Krankenfluchtbucht. Jetzt haben wir doch gleich an, oder? Oh, nervt mich nicht. Und direkt noch mal drei Stück. Klar. So, das haben wir. Dann habt ihr eure Lieferung erhalten. Scheinbar nicht. Ich habe gerade eben eine erhalten. Hä? Warum muss ich den denn jetzt bekämpfen? Ach, der hat so ein Ding auf dem Kopf. Und tschüss. Tut mir leid. Wollte ich eigentlich nicht. Hier müssen wir noch mit jemandem reden. Hier, Inga Friedrich. Und damit hätten wir die Quest auch beendet. Hier drüben abgeben. Algencocktail. Und wir sind Level 114. Sehr schön. Evakuierung der Gefahrenbereiche. Evakuiert acht Fischpacker des Angelpunkts und kontaminierte Lieferungen. Untersucht fünf Fässer mit Fischen. Würde ich sagen, machen wir morgen. Ich werde mich weiter im Stadtinneren umsehen. Hoffentlich sind die Leute dort sicher. Ja, guck du schon mal.